Ein Schrank, die Götter zu gehen, ein Schrank, die Platte zu gehen, ein Fenster, das Besondere zu profitieren, ein Fach, die Saga zu präsentieren, das Alte schützt, doch nicht entfallen, es weiß das Werkzeuge, den Spielern zu befahren, ein Platz, die Würfe zu setzen, ein Ort, imitiertes Welt zu schützen, ein Schrank für den Schwarzen Auge. Hallo zusammen, was für eine Woche und wie schnell sie vorüber war, aber es hat sich etwas getan und ich freue mich euch die restlichen Erzdämonen-Symbole für den DSA Schrank vorstellen zu können. Deshalb auch ohne Umschweife direkt rein ins Projekt. In der letzten Folge habe ich mit Lolgramot aufgehört, folglich geht es mit Targunitoth, der Widersacherin des Totengottes Boron weiter und mit diesem Symbol hatte ich gleich ein enorm aufwendiges vor mir. Es besteht aus vielen Kreisbögen und eine Nachbearbeitung der Flächen wird unausweichlich sein. So ähnlich, wenn auch nicht ganz so umfangreich, sieht es bei Amazerot, der sindes Gegenspieler aus. Einige Kreisbögen verlängern den zu programmierenden Text und der Kopfbereich wird wieder von Hand bearbeitet werden müssen. Belchirash, der gnadenlose, unwärmherzige Verfolger, der Firun gegenüber steht, hat zwar keine Kreisbögen, aber viele viele kurze Linien und das macht auch dieses Symbol in der Planung recht aufwendig, erfordert aber keine Nachbearbeitung. Asphaloth, die Herzogin des wimmelnden Chaos und ihres Zeichens der Gegenpool zu Tsar, besteht zwar wieder aus Kreisbögen, aber aus wenigen und vor allem kompletten, nicht ineinander übergehenden. Das macht den Aufwand wieder ein klein wenig geringer, allerdings wird eine Nachbearbeitung der Fläche fällig. Taspharellel, auch bekannt als der gierige Feilscher, steht Fex gegenüber und ist im Aufwand sehr überschaubar, hier und da eine kleine manuelle Bearbeitung und das Symbol ist fertig. Belchirash, die faulige Monarchin des ewigen Siegtums, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Pereine das Leben schwer zu machen, ein klein wenig aufwendiger und einige wenige Nachbearbeitungen werden. Und auch sie wird ihren Platz finden. Agrimoth, Fürst von Yolgomak, hat seinen Platz als Gegenspieler Ingerims eingenommen. Sein Symbol ist recht einfach gehalten und dementsprechend nicht ganz so umfangreich. Zum Schluss nochmal ein zeitintensives Symbol, Belchirash, Raias Todfeindin. Ihr Symbol besteht aus einigen Kreisbögen und Flächen, die zum Schluss bearbeitet werden müssen, um freigelegt zu werden. Damit sind die 12 Erzdämonen versammelt und für mich steht eine Fleißaufgabe an, nämlich die ganzen Symbole mit ihren vielen Koordinaten einzugeben und auch die Schrankteile selbst warten noch auf ihre Programmierung. Die Woche wird also recht arbeitsintensiv werden. Und ich weiß noch nicht, ob ich alles auf einmal hinbekomme. Vielleicht mache ich auch schon die eine oder andere Probefräsung, damit ich euch dann in der nächsten Folge wieder etwas präsentieren kann. Bis dahin habt eine schöne Woche, bleibt gesund und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald!